Musik Wir sind seit 1895 ein traditionsreiches Gießereiunternehmen in der Automobilindustrie. Wir produzieren LKW- und PKW-Teile, insbesondere schwer belastbare Gussteile. Durch unsere Produktionskapazitäten und unsere Fertigungstiefe sind wir imstande, jährlich 180.000 Tonnen Eisenguss zu versenden. Das entspricht ungefähr 12,5 Millionen Gussteilen. Unsere Gießerei ist durch die schweren Gussteile prädestiniert für den Gabelstaplereinsatz. Wir haben ca. 50 verschiedene Ladungsträger von ca. einer Tonne bis ca. zwei Tonnen. Die Fahrzeugflocken der Firma Still sind bereits seit über fünf Generationen bei uns im Einsatz. Eine Generation bedeutet immer vier Jahre. Durch unsere große Erfahrung und das breite Produktsortiment von Still können wir in der Regel für jeden Einsatz das passende Fahrzeug anbieten. Insbesondere beim RX70 im Hafen-Gießerei-Einsatz haben wir 18 kundenspezifische Sonderlösungen, sogenannte Customer Options, entwickelt und umgesetzt. Besonders erwähnen möchte ich hier die speziell für Fondium entwickelnde Hitzeschutzscheibe im Gießerei-Einsatz, sowie der ausgeklügelte Schutz des Fahrantriebs gegen Funkenflug. Durch den Einsatz der Fleetmanagers konnten wir unsere Fahrzeugflotte von insgesamt 136 auf 119 Fahrzeuge reduzieren. Dank diesem Tool konnten wir in den einzelnen Bereichen und an den Fahrzeugen Unfälle besser analysieren und Fahrzeuge mit vielen Betriebsstunden durch weniger frequentierte Fahrzeuge austauschen. So können auch hier bezüglich der Leasing-Verträge zusätzliche Kosten eingespart werden. Abschließend lässt sich sagen und berichten, dass wir durch die jahrelange Erfahrung, das Fachwissen und das Know-how unserer Mitarbeiter und der Mitarbeiter der Firma Still wieder einmal die richtige Entscheidung getroffen haben und unsere Flotte maßgeschneidert zusammengestellt haben. Wir sind sehr zufrieden und wir freuen uns auf weitere interessante und kreative Ideen und Weiterentwicklungen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!